Wie du es mit drei einfachen Tricks schaffen kannst, den Kundenwert, den du über die Lebenszeit deines Kunden hast, in deinem Betrieb locker zu verdreifach, vierfachen. Darum geht es jetzt, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen hier mal wieder. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch am Start. Hi. Und wir wollen heute einmal über das Thema Kundenbindung sprechen. Für uns natürlich wichtig, wie gesagt, wir verfolgen die Mission, damit sich das Handwerk auch wirklich wieder lohnt für alle. Und da zählt natürlich mit rein, dass ich im Endeffekt als Handwerker es schaffe, aus dem, was ich zum Beispiel in Marketing ausgebe, in Vertrieb auch ausgebe, möglichst viel auch wieder rauszubekommen, damit ich eben nicht die ganze Zeit Akquise machen muss, um neue Kunden reinzuholen, sondern meine Bestandskunden häufiger zu mir kommen. Bei vielen Betrieben, die schon seit vielen Jahren am Markt sind, ist das organisch schon so. Aber auch diese Betriebe hätten Möglichkeiten, diesen Effekt locker nochmal zu verdreifachen. Und das war vielleicht die letzten Jahre gar nicht notwendig, weil es ja auch so gut lief. Aber jetzt kommen wir in Situationen, wo jeder Handwerksbetrieb merkt, dass die aktuellen Kunden unsicher sind, weniger kaufen, weniger machen. Und entsprechend, wenn ich es schaffen würde, aus jedem Kunden nochmal das Doppelte langfristig rauszuholen, ich einfach noch mehr habe davon. Und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, aber es ist ja doch häufiger mal so, du hast bei jemandem was gebaut, zum Beispiel sagen wir, du machst Bauelemente, du hast für den die Fenster eingebaut. So, jetzt fährst du, du machst doch Terrassendächer, jetzt fährst du irgendwann zwei Jahre später bei dem am Grundstück vorbei, denkst du, ja, coole Fenster, die wir gemacht haben, siehst du, da steht ein Terrassendach, das stand doch früher noch nicht da. Da hat das Terrassendach jetzt irgendwo anders gekauft. Ja, was für eine Frechheit, der hat sich nicht bei dir gemeldet. So, und jetzt ist der Punkt, viele sagen jetzt ja, scheiße, blöd gelaufen. Ist richtig, ist auch blöd gelaufen. Aber wer hat Schuld, dass er nicht das Terrassendach bei dir gekauft hat? In letzter Instanz kann man es natürlich nicht erzwingen, aber erste Frage, die man sich stellen sollte, weiß er überhaupt, dass du andere Produkte anbietest? Wird er regelmäßig mit irgendeiner Botschaft von dir, mit irgendeiner Art Kontakt von dir, kommt er damit in Berührung? Also weiß er überhaupt noch, wer du bist? Hat er sich überhaupt deinen Namen gemerkt? Des Unternehmens, nicht deinen eigenen, aber den des Unternehmens. Hätte er in dem Moment, wo wir das Terrassendach haben, überhaupt bei dir anfragen können, weil er wusste, du machst es und wer du bist? Und diese Fragen sind sehr oft damit Nein zu beantworten, weil faktisch wissen die Leute gar nicht, was du komplett anbietest. Um einfach mal drei konkrete Beispiele zu geben, was man machen kann. Also das Erste, das Naheliegendste ist natürlich, sich nach einer gewissen Zeit gegebenenfalls mal bei dem Kunden zu melden. Das empfehlen wir auch immer. Einfach mal anrufen. Genau. Das empfehlen wir auch immer unseren Partnerbetrieben, dass man einfach sagt, hey, nach einem Jahr gibt es einfach systematisch einen Kalendereintrag. Wenn der Kunde gekauft hat, nach einem Jahr ruft der Vertriebler nochmal an und sagt, hey, ich wollte nochmal nachfragen, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem, was wir gemacht haben? Und haben Sie da eigentlich noch Bedarf an irgendwas Neuem? Oder beziehungsweise du kannst auch darauf hinweisen, dass ihr gerade zum Beispiel eine Aktion habt in einem gewissen Bereich. Das ist Punkt Nummer eins. Einfach mal anrufen. Punkt Nummer zwei ist auch einfach mal was rausschicken vielleicht. Wenn ihr zum Beispiel gerade eine Aktion habt zum Thema Terrassenüberdachungen und ihr habt schon die Fenster verbaut, einfach mal dem Kunden schicken. Das ist auch nicht schlimm, weil es kann auch sein, dass einfach auch Familie oder Verwandte in dem Bereich Interesse haben und dann vielleicht mit einer coolen Botschaft. Oder ihr knüpft das an ein Event. Das kann auch sein, viele Betriebe machen auch so einen Tag der offenen Tür. Dann ladet ihr einfach dazu mal ein. Dann kriegt der Interessent oder der Kunde in dem Fall einmal im Jahr zum Beispiel Post von euch mit einer Einladung zu diesem Event. Und da kann man dann auch noch auf Produkte referenzieren oder auf Angebote noch hinweisen. Ja, wichtig ist halt, dass da wirklich viele Kontaktpunkte mit dir da sind. Auf verschiedenen Wegen, weil einige Leute werden nicht ans Telefon gehen, andere werfen die Flyer sofort weg. Wenn du aber alle Kontaktwege machst, dann hast du schon mal eine viel höhere Quote, dass sich die Leute A, das Unternehmen merken, B, wissen, was du machst und dann mit einer höheren Quote haben, auch was nochmal in Zukunft zu kaufen. Genau, per E-Mail wäre zum Beispiel auch interessant. Genau, per E-Mail zum Beispiel auch. Also ich würde drei Kontaktwege wahrscheinlich mir raussuchen. Man könnte WhatsApp, geht theoretisch. WhatsApp News, da ist auch ganz cool, muss man sich halt für eintragen. E-Mail geht immer, Telefon geht immer, Post geht immer. Einfach drei Kontaktwege, wo du einmal im Jahr mit den Kunden in Verbindung trittst, in irgendeiner Form. Es soll nicht aufträglich sein, in irgendeiner Form. Und das Spannende ist, dass das automatisch auch die Empfehlungsquote erhöht. Weil die Leute einfach sich merken, wer du bist nach zwei Jahren, haben dich sonst vergessen. Und der, der jetzt das Terrasenach gebaut hat, der würde, wenn jemand ihn fragt, hey, cooles Terrasenach, wo hast du das gemacht? Würde halt nicht dich empfehlen, zwangsläufig. Weil selbst wenn er es nicht gebaut hätte, wirst du dann nicht, was der Terrasenach macht und könnte sich ja für dich empfehlen. Und wenn er es halt weiß, dann kommt er mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann nochmal wieder. Und wie gesagt, nach ein paar Jahren vergessen Kunden auch wirklich, wo sie gekauft haben. Und vergessen, dass sie damals eine super Erfahrung eigentlich gemacht haben. Also die Erfahrung erinnern sich vielleicht, aber sie wissen den Namen nicht mehr. Und dann können sie einfach nicht mehr empfehlen. Ja, also zum Beispiel, was auch eine coole Sache ist, das müsstest du nochmal überlegen, wie du das auf deinen Betrieb genau anwenden kannst. Aber kleine Anekdote dazu. Wir haben einmal eine, also das ist jetzt im Immobilienbereich, wir haben einmal einen Immobilienmakler gehabt. Der hat uns eine Immobilie vermittelt, beziehungsweise ein Büroobjekt vermittelt. Und er kam dann ein Jahr, nachdem wir das bei ihm gemacht hatten, kam er dann mit einer Torte vorbei. Und hat uns eine Torte vorbeigebracht zum so einjährigen Jubiläum in diesem Bürogebäude. Und ja, rate mal, bei wem wir dann das zweite Bürogebäude dann gebucht haben. Also einfach nur, weil man da sozusagen präsent war, war man dann quasi noch im Kopf. Das hätte er dieses Jahr by the way nicht gemacht, ne? Nee. Vielleicht ein Zweijähriger dann. Vertrag ist ja auch ein bisschen länger jetzt. Ja, stimmt. Also letzten Endes geht es einfach darum, ein bisschen kreativer zu sein. Wieder ein bisschen was zu machen, was andere nicht machen. Und jetzt den Aufwand direkt überzuhalten. Du musst jetzt auch mit einer Torte vorbeigehen. Aber deswegen sage ich, du musst das ein bisschen abwandeln auf dich. Aber vielleicht schickt man einfach mal eine nette Grußkarte oder sowas. Das kannst du dir ja überlegen. Genau. Mach auf jeden Fall irgendwas in der Richtung, weil du wirst automatisch dadurch mit dieser Variante mehr Kunden gewinnen über Empfehlung. Du wirst mehr Bestandskunden haben, die was bei dir kaufen, zu denen, die es eh schon machen. Und das macht auf jeden Fall immer Sinn, weil das kannst du dir vorne wieder Marketingbudget sparen oder mehr halt rausholen aus dem Budget. Und das werden wir alle in Zukunft machen müssen, damit es weiterhin gut läuft und sich das Handwerk weiterhin für alle lohnt. In dem Sinne wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Viel Erfolg bei den neuen Empfehlungen, die du jetzt bekommst, hoffentlich in den neuen Kunden. Und bis zum nächsten Video. Ciao.